Da können wir durchziehen. Wir haben´s Luis21. Mal gucken. SpongeBob Squatpunt. Springen wir gleich offiziell zusammen. Rift in der Mitte auch immer Junks. Rift in der Mitte. ich gehe den melden ja tschüss egal da melding ist drauf wenn ihr den jetzt kreuzer abhöhlen mit dem kreuzer mitte die kreuzer wie man wirklich einfach vor ihm stehen er macht halt einfach Fick's Kopf Fick's Kopf Fick's Kopf Fick's Kopf Schwache Leistung Ihr Scheiße Schare Leistung Leute Hätten wir grad mehr Mountaintops gehabt dann wärs easy gewesen Mit seinen Mountaintops Hätten wir einen guten Spieler anstatt Emre Hätte das auch ich Ohne Scheiße warum spiel wir überhaupt mit Emre Jungen Ich hab gar keinen Bock Überwechster Toll der Jungen Ich glaub der stinkt Jeder schweißt es Jeder stinkt for real Jetzt haut den einfach weg Jeder schwitzt Jeder schweißt an seinen Eiern Echt Der sterbe Der knackt jeder schweißt an Eiern gerade Die kleben so am Bein So richtig ekelhaft So richtig ehrenlos WTF Johnny Highlights Hatt ich auch gerade Ey wirklich die Kraft eines K Ich hab Twilight Off bekommen Ich auch Junge 725 Bei mir auch 728 Twilight Off 730 WTF Halte Jo Alter 723 Chopp chopp Alle in Kessel nochmal was tun Also ich mach kurz ne Schmiede Weil ich äh Da haben wir den 1 30er gefunden Mein Chalice Was denn? Weil ich brauch ne Kinetic Alles cool Ähm Du müsstest halt kurz zu fünft machen Cool alles cool Ich hab mir Später suche Und mir wenigstens guten Ahem Also das wär echt irrenlos Willst du Stress? Mhm Hast du ein Problem? Ja Mit deinem Gesicht Oh die ersten blauen items Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal So ich wär ready Ihr auch? Finde Ja ja Alter Kind Das Charakter sieht so lustig aus Let's go Mit deine Fresse Oh wenn wir jetzt auch in andere Räume kommen Dann kriegen wir da bestimmt auch andere Lore items Noch Ey Wir kriegen auch noch andere Triumph und so wahrscheinlich Deine links eine Lore Macht jetzt nicht nochmal äh Sniper Ne ich machs Dings um Rüstung mal kurz Ich hab Rüstung 728 Grad getroppt, Alter Ohne Scheiß Das war ruhig voll Ich brauch unbedingt nen Helm Ich bin schon 723 Ja Maaan Helm Boah Ich glaub ich ihn von dir jetzt einfach immer Okay machen Deswegen ist ich glaub ich nutze die Sniper sogar im Raid Einfach für die Hexen So Ja ich hab ja die Isanagi gewöhnt Ich brauch halt nur den Submissionen ganz los Irgendwie den Exos-Lot behalten Krass mal die Fresse halten Ach maa Menagerie Warum Tick spiel noch in ner Runde Hearthstone? Ja das ist schon gefetzt Ja was Es stammt wird schon in mir Gefetzt Nachts Wenn wir im Bett liegen spielen wir immer zu so Ja ok Jetzt seid ihr nackt, Alter Du meinst schlafen Nackt mit den Eiern Du weißt du dass ich Ich will nachts schlafen, Digga Spielt er mich neben mir Soul of Lemon, Junge Der hat einfach einen Ey Soul of Lamour Der sieht übel hässlich aus wie Optik Kopf starten Ey punch man den Spasten nicht Ey hat jemand Banner, Bruder So jetzt hier Banner, Banner, Deine Mutter ist ein Banner, Banner Banner, Banner Deine Mutter ist ein Banner Deine Mutter ist ein Banner Deine Mutter ist eine Mutter, Alter Ja Wow Mein Blau, ich weiß Ey King, Deine Mutter hat zwei Nahrzeuge Alter hat deine Fresse anruft Oha, zwei Dein Vater hat zwei Ohren, Junge Noch ein Wort, ne Wenn du jetzt noch sagst, der hat einen Mund Dann hau ich dir in die Fresse, Alter Du hast zwei Lippen, Junge, was willst du? Ja Warte mal Finge Ist das eine Lippe oder zwei Lippen? Zwei Lippen Nein das kann ich ja nicht Oberlippe, Unterlippe Das, ne Ja, das ist kategorisiert Aber es ist eine Lippe Ach dein Deine Pfarrer hat... Deine Pfarrer hat auch in den Kopf, wie wär's da mit? So eine Goldfigger mit Auto und High Impact Reserves, die beiden... Ja, OP. OP. Neue Meter. Ja, mach dir meine Sprüche nach, Alter. Neue Meter halt. Ja, mach dir meine Meter nach. Ja, es gibt halt wirklich so Sprüche Meter. Wenn du den Spruch dann bringst, bist du so King. Danke. Deine Mutter ist so traurig. Genau, sowas. Der Mutter ist mit deinem Vater verheiratet, Jun. Komm mal runter. Komm mal runter. Was denkt der Boss hier noch, Alter? Oh, du lehnt mal wegs. Ich versteh nicht, warum der Typ bloß seine Zunge uns entgegenstreckt hier. Der will deinen Spaß machen. Ey, ich lieg hier grad wie ein Ausdachloser, gell? Dann gucken wir mal den Raid anfangen, Jun. Das ist ein Obdachloser, Alter. Ey, ich freu mich voll auf den Raid, gell? Auf Kronosaurus. Ich hab grad alles gekillt damit. Komm, go, go, go. Kein Banner. Banner. Hat richtig hyped auf den Raid, ne? Das ist doch der Raid-Eintritt vom Video. Gnayden. Der Ender muss auch starten, ne? Gnayden, Leute. Irgendwie kann keiner starten. Alles in Binde. Ja. Ja. Das... Fick doch nicht Kopf, Alter. Ey, ich hab nur wegen Soul of Lemon, Mann. Fick doch nicht Kopf. Ey, Vowtkick auf Soul of Lemon. Ja, komm, wir müssen die Schalter machen, Jungs. Ja, Schalter los, Schalter. Nee, kann man nicht. Was ist denn die Schalter, Wigge? Der Klack, kann man. Die Drunk. Ja, ja. Wow. Ah, jetzt. Das ist der Schalter aktiviert, dann läuft's. Da. Krikosche! Ba-da-da-da! Also, kann ich nicht ziehen. Dann, Amunakum, ich werde ster... Mit Recht. Ja, guck mal, wer hier ist. Jungs, was würdest du machen, wenn ich dich ne Waschraubkünstler würde? Äh, 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 gesteilt. Ich würd das auf jeden Fall verhindern, Alter. Selbst wenn ich dabei drauf geh. Junge, diese Fragen, Alter. Das ist... Junge. Das ist ein normale Mensch. Ey, was denkt ihr, wenn der 4 Stunden Klausur schreibt, worüber der nachdenkt? Also, tschüss mal. Er denkt über's Leben nach, so. Nein, das erste Mal ist 4 Stunden Klausurscheibe, Alter. Also, komm mal hier runter, Junge. Komm mal runter, Junge. Komm mal runter, Alter. Oh, fuck, ich hab a touch of the deep. Das läuft echt gut, ja. Ich merk halt. Das ist gut, ja. Und am 25. Heroisch, ne? Easy. Kommt der Geschäfte mal. Schäfte mal. Schäfte mal. Ey, ich hab die 20er, Alter. Easy. Easy. Ich hab nicht gedacht, dass 1K wieder in Relevanz gewinnt. Hä, die war immer relevant. Ach, deine Mutter ist irrelevant. Die Mutter war also relevant. Sie war nie unrelevant, Alter. Also, ich hab die meisten, also... Die meisten haben gesagt... Ja, genau das haben sie gesagt. Ja, nein. Ich wollte ja nur die Info zu meinem... Zu meiner Aussage machen. Ja, okay. Reicht. Kannst wieder fresshalten. Oh, nein. Genug geredet. Oh, die Hexen, Alter, ey. Steffa. Deine Mutter ist eine Frau. Deine Mutter ist... Beiratet, und? Ja, nein. Ja, deine Mutter ist auch Beiratet, du willst du, ne? Ja. Deine ist etwa 10 Jahre alt. Junge, deine ist... Mindestens, solange ich heirate wie du alt bist, Junge, okay? Deine Fress übertreibt man nicht. Ja, aber du übertreibst jetzt erst schon, du sagst, meine Mutter ist mehr als 10 Jahre beiratet, Digga. Ja, natürlich, weil die das ist, Alter. Nein! Woher willst du es wissen? Woher willst du es wissen? Woher willst du es wissen? Vielleicht hat dir mal kurz Beziehungspause gehabt, mein Vater. Pause, so eine Woche, andere. Beziehungspause. Andere. Ehepause, so. Ich komme in einer Woche wieder. Ja, sehr, sehr gut, Sol of Lemon. Das ist echt toll, äh... Ich komme in einer Woche wieder, Schatz. Äh, äh... Ey, Optik. Was geht ab? Nö. Warum bist du nicht bei mir? Hier reißt du dich. Nö. Bist du sauer auf mich? Ey, ich glaube, TFS kommt aus Usbekistan, aber, ey, geht's nicht zu. Hm. Hm. Genau. Darum gibt er es nicht zu. Ich bin Libanesen. Ich bin Libanesen. Weiß? Weiß? Komm, TFS hat bestimmt Carmen... Er hat sich gerade entlarvt. Ja, konnte ich schon lachen. Komm, komm, ey, er hat Carmen, ich wusste. Er hat bestimmt noch Mero, aber bitte auch nicht lang. Ja, wir fliegen. Hä? TFS hat doch immer deutschen Hardrock, Alter. Hardrock. Ja, Hardrock ist krank. Ja, nur Karneval. Ey, ich kenn dir den Counter hier doch. Und dann den Counter. Hier muss man... Hier muss man, glaube ich, den Fett töten mit den Schwertern oder so. Ich kenn das irgendwoher. Ja. Nein, nein. Du denkst völlig falsch. Echt? Denkt ihr? Denk ich auch. Dann lass es mal falsch. Schaden. Nein, das Schwert wollte ich nicht haben. Danke schön. Digga, man... Optik kannst du auch so bleiben mit deinem Schwert? Guck mal oben. Ja, Mann, ey, Junge. Danke für das Schwert, Optik. Oh, oh, ey. Ja, genau. Fabener Schwert für mich, mein Schwarz. Sehr gut, machst du sehr. Ey, dritt sie, dritt sie. Ich weiß nicht, hab dir das Schwert geklaut. Maaaain. Deine Lacht, Junge Schwein. Wenn sagst du. Wenn sagst du. Schwein, aber hellal. Aber hellal. Nein, nein, nein. Nein, bitte, bitte. Ey, Jungs, Jungs. Jungs. Schwein, aber hellal. Aber hellal geschlachtet. Der Arme, ey. Der kriegt die ganze Zeit kein Schwert. Gibt dem doch auch mal was. Wiederbleib mich, bitte. Nö. Oh, meine Solo. Oh, meine Solo-Level ist der größte Ehemann. Mein Pimmel ist... Nein, das ist die Spalt. Oh, mein Gott. Nix, die ist Spalt. Hat du was? Ich bin weich jetzt von auf Lemon. Ey. Extra um Optik noch mitzufinkt, hab dich so denkt. Der hat nicht so viel Weifel. Random. Was soll ich jetzt machen? Optik, guck mal auf mich. Optik. Alter, nein, nein, nein. Optik, guck mal auf mich. Boah. Aber rein, PPS. He, voll asozial. Aber ist man von Optik, du weißt so. Voll der Optik. Voll der Optik. Voll der Optik, oder? Er macht den Optik, Digga. Wie das einfach so aussieht, ey. Wie so zwei... Boah, Junge. Oh, mein Gott. Oh, wow. Ich würde sterben. Nichts Neues. Optik ist ab und runter gestürzt. Lappen. Ah, das ist ne Lüge. Er hat aber eigentlich gerade geschlachtet, das Schwein geht fort. Ja, ja, Optik. Ohne Schwein. Optik, sorry, war nicht extra. Aha. 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 Ah, ich bin schon wieder tot. Ah. Willst du mein Schwert... Kann ich das Schwert dir droppen jetzt? Ja, komm, ja, komm. Drop mal, komm. Oh, oh, da ist ein Ogre hinter uns. Oh. Gut gemacht. Aber na, Koyum. Wer hat meine Mutter. Junge, Alter, es ist so schlimm. Zum Abend hin wird die geistige Behinderung wieder... Ja, das steigt so exponentiell dabei. Ich schwöre. Aber so ist auch exponentiell, Junge. Exponentiell. Sieh eine Ahnung. Exponentiell. Oga, Jungs. Oga, Jungs. Da macht jemand Abitur, Abitur durch die Tür. Ja, das muss ich ja keinen Kisch von Ogre so schreiben. Mahat, 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 muss ich irgendwo, ne? Mahat, 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 Mahat. Ne? Für den Ogre bin ich gestorben, Jungs. Ja, ne? Hätte ich auch gesagt, wäre ich schon im Ogre gestorben. Digga, übertreppt doch nicht. Bist du in Ordnung? So, ich fick die jetzt in die Mutter mit meiner Schwertsuche. Ja, ich hab mir zwei Viertel Schaden gemacht, Alter. Oh, du bist so ein Lauch, Alter. Er ist voll die Presse aufreißend. Jetzt fick ich den. Und dann... Scheiße, mach den. Dann kam den da. Da kam der Damage in die Tür. Die sind gerade alle tot, Alter. Ja, wipe, Leute. Wipe, 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 wipe. Ich mach Golkan auf einen. Golden. Hat nicht mal einen Gegner. Ich zieh Reddick. Ey! Geht's immer. Nice Golden. Nice Golden. Jau. Guck mal auf, dein Mikrofon zu ficken, bitte. Jungs, Alter. Day One. Schaffen wir auf jeden Fall. Ja, wir machen das noch. Ja, ist ja nur eine Encounter jetzt, gell? Hier bei uns. Also du Crystals und dann... Genau, die nächsten Encounter werden sehr viel einfacher sein. Die werden wir super schnell lösen, Alter. Ja, mein Alter. Ja, mein Alter. Aber ich wäre wirklich dafür, dass wir immer rebooten sind. Ich weiß echt nicht, ob... Ob der nächste Encounter schwierig ist wegen Mechanic oder einfach nur wegen Dings, ne? Power Level. Ja. Ja. Ich glaube, das wird einfach Power Level ficken. Wirklich. Das ist heftig. Ja, ist doch bei dem jetzt auch schon. Ja, eben. Ist auch schon. Ich hab gerade eine Zudas geschrieben, die hatten ja auch vorhin dann aufgehört. Ist ja auch einer aus Plekulo. Und der meinte auch so, jo. Also die sind auch bei dem... Bei der Phase, wo wir sind halt. Ja. Ja. Ich hab immer erst gefühlt, dass das so wirklich bei den Coater. Wenn einer verregt, ist der Guay. Ja. Und man hat... Ja. Auf 27... Das ist ja kein klassischer Fehler eigentlich. Nee. Ja. 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 Daugenkscher. Ey King du kennst doch bestimmt den Ramadan Mundgeruch gell? Was? Altsa Was ist dein Bruder? Nein, nein man, Alter Dieser Mundgeruch von Ramadan Aber ja Wer hat ja gesagt? King Ja ich kenn den, warum? Der ist ab nun mal gell? Der ist ab nun mal gell? Deswegen gibt es aber auch diesen Post-Ramadan Mundgeruch Der ist so ein Tag danach oder paar Tage danach Das ist for real, Alter Und deinen Mundraum muss ich noch vom PH-Wert gewöhnen Was? Kann er essen Junge, PH-Wertner, Fick mal nicht Lang, ah man Da war doch nicht mal ein Gegner, wie stirbst du? Ja, wie stirbt man denn, Matthias? Ich wünsche dir gleich kein Ding dir, also ich muss meinen Namen nicht mehr machen Alter, ihr fickt ihr Junge, der ein Tchuuu, übertreibt ihn halt Kalos zu sein Kalos, du Huren Lass mal Kalos einfach übel zu bleiben Ich spawne einfach irgendwo Ich spawne einfach irgendwo WTF, 1? Sehr gut, ChaosX, echt skiffig Der macht dich 1-hit Super geskillt bist du, ja? Ja, pass auf Die Minotaurern sind echt heftig Komm schon, Leute, wir müssen nicht mehr fliegen Ich sehe keine von dem Ding Es steht sogar noch im Rifting, was denn du? Na, da oben geht's Nein, ich mein Ding Ich will auch grad keine Harp hier, Alter Weil das bei einem 1-hit keinen Unterschied macht, ob du bist oder nicht, oder? Jojojojojo, Matthias Ja, ja, jetzt laberst du aber Ja, ja, jetzt läst du mir was vom Pferd, ey Wir haben's fast links geschafft, gell? Auf dieser Linie Gell? Hä? Wir haben's durchgeschafft Und der hat abgebrochen, weil wir fertig waren Dann check das nicht Check das einfach nicht Yo, um Ey Leute, können wir reinlassen? Let me in, let me Let me in, let me in Das ist einfach Minen, wirklich Why are you running? Why are you running? Why are you running? Ja, ich bin 721, ich bin Raid ready Ich bin ein Dreißiger Ich bin ein Dreißiger Haben wir keinen Melting Point? Ich bin sogar 721 Doch, ich mach Track da drauf Ich mach Melting Ich da Ja Hallo Melting ist drauf Wand, 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 Wand Lass mal Lass mal Wow So, ich hab' keinen Zeh noch Äh, ich hab' noch ne Wand Alter, Ninjim hat die Raid Shotgun mit Quick Draw und Slideshot, glaube ich Toll Und er ist toll, hoffentlich auch Und Full Draw Und Full Draw Jetzt sieht man ja mal ganz guten Pico Pische Aaaaaaah Weil es hat ihm seine Mutter gefickt Oh, man ist ein Bastardsohn Hast Pico Hast bin Allah Hast Hast bin Was ein Pico 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 Was ne, mach ja Deswegen ist Mika hat immer Peko gesagt, jung voll Mika war Tomeindulli Mika, Junge, er zieht sich an wie Carmen Member und hatet Er zieht sich an wie Arzert und sagt Carmen, scheiße Wer ist so weit nach vorne geht, kriegt ihr für mich vorbei Heimlich erfeiert, er macht, du machst du Dings, diese Waffenteichel von Carmen und sagst du Wenn ihr zu weit nach vorne geht, kriegt ihr für mich vorbei Wenn ihr zu weit nach vorne geht, kriegt ihr für mich vorbei Na her damit, Alter Wecke die Kraft des Kelches Bond Alter, ich hab' 712 nur bekommen, was das Sniper bekommen 706 708 706 Ja, let's go, wait Ja, Chip, ich hab' nur das Erste, was man da kriegt Ja, glaub' ich auch Ja, hätt' ich auch gesagt Und wie viel habt ihr bekommen? Weniger immer? Ja Oh my god, jetzt zeigt ihr mir auch kein Okay Okay Ja Was? Okay Du so, jetzt zeigt ihr auch kein Ja Hau mal die Fresse Haha, Spaß So, up in race